Viele von euch haben es bestimmt bereits gesehen. Seit kurzem weist Microsoft Nutzer von Windows 7 und 8.1 auf die bevorstehende Veröffentlichung von Windows 10 hin, und zwar mit einem kleinen Button in der Taskleiste. Außerdem hat Microsoft die offiziellen Einzelhandelspreise von Windows 10 bekannt gegeben. Mehr dazu in diesem Video. Bei den ersten Nutzern der Vorgängerversion wird nun in der Taskleiste ein Hinweis eingeblendet, über den man zunächst einmal die Gratisversion von Windows 10 reservieren kann. Das heißt, sobald Windows 10 am 29. Juli offiziell verfügbar ist, wird man über eine eingetragene E-Mail-Adresse informiert und kann das neue Windows herunterladen. Die Downloadgröße liegt bei rund 3 GB. Microsoft weist die Nutzer in dem Hinweisfenster auch darauf hin, dass es sich um eine Vollversion von Windows 10 handelt und nicht um irgendeine Testversion. Der Hinweis erscheint noch nicht auf allen Desktops der Nutzer von Windows 7 und Windows 8.1. Das Update trägt die Bezeichnung KB3035583 und legt auf dem Rechner im Systemordner System32 einen versteckten Ordner mit dem Namen GWX an. Aus der Ferne kann Microsoft damit die Nutzer zum Update auf Windows 10 auffordern und die Auslieferung des Upgrades bequemer gestalten. Windows 10 kann zu einem beliebigen Zeitpunkt darunter geladen werden. Wer das Update aber kostenlos haben will, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen, denn nur im ersten Jahr ist das Upgrade gratis. Dann fallen auch keinerlei Gebühren an und Windows 10 kann über die Lebenszeit des Geräts kostenfrei genutzt werden. Wer länger als ein Jahr wartet, muss für das neue Windows bezahlen, und zwar genauso viel wie für die Vorgängerversion Windows 8.1. In den USA demnach rund 110 Euro für Windows 10 Home und etwa 190 Euro für Windows 10 Professional. In Deutschland verlangt Microsoft aktuell für die Vollversion von Windows 8.1 119 Euro und 279 Euro für Windows 8.1 Pro.